Ich bin als Verteidiger mit dem Urteil sehr zufrieden, weil die Kammer in den wesentlichen Punkten, die dieses Verfahren auch geprägt haben, der Verteidigung Recht gegeben hat, nämlich in dem verfahrensgegenständlichen Panzer, also dem Panther, der Flak, dem Torpedo und dem Mörser, keine Kriegswaffen zu sehen, sondern museale Gegenstände. Die Nachdenken von Kansai, der Verteidigung der Brüche für die Flak, die Bösen, die Blüten, die die Bösen und Bösen, die Flak, der Flak, der Flak, der Flak, der Flak und die Flak. Daher die Flak werden, die Flak und die Flak, die Flak auch nicht, die Flak zu sehen, Untertitelung des ZDF, 2020